Roger, 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 ja, wir werden nicht mehr den Standort wechseln, weil wir hier eine kleine Hütte gefunden haben und es weht ein recht kalter Wind hier oben, es gibt noch eine Stelle, wie uns eine Wanderin sagte, die besser ist, aber wir werden das nicht probieren, wir werden lieber gleich auf 80 Meter dann nochmal kommen, so ich sage mal so in einer Viertelstunde auf 80 Meter, würden wir uns nochmal melden, QSL, QSL? Roger, 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 alles klar, ja, dieses Mal war recht gut, ich weiß nicht, ob das Ausbreitungsbedingungen war oder ob du da ein bisschen besser durchmoduliert hast, aber auf diesem Fall hat es jetzt geklappt, ja, vielleicht mal kurz, mal kurz, mal weit drauf, vielleicht ist ja der Michael da, wie heute ist du da, die neuen OCD, jetzt ist es wieder unterwegs, hier am Ende, das hat schon geklappt. Ich habe nur S4, nur S4, meiner Wattbreite bis 2,7 oder 2,8, das ist schon irre, Roger, Roger, alles UFB angekommen, ich habe auch das Video jetzt fertig gemacht, du kannst dir gleich nochmal ein Bild verschaffen von unserer Situation, wie gesagt, es gibt noch eine etwas bessere Stelle, aber da müssten wir nochmal eine halbe Stunde länger einplanen und das wollen wir nicht, ne, ich werde aber eine Viertelstunde brauchen, du kannst ja schon mal höheren auf 80 Meter, ne, damit verabschiedet sich der Delta Lima 1 Charlie Romeo Portabel auf dem Hängeberg und wir hören nochmal gemeinsam auf den Michael, DL5 OCD, bist du hier auf dieser Frequenz, ansonsten bin ich dann QRT, ne, ich höre euch hier nochmal auf DL5 OCD. Ja, Roger, Roger, ich habe da was gehört, aber ich war mir nicht sicher, vielleicht ist da doch noch jemand, Delta Lima 1 Charlie Romeo Portabel hört nochmal auf die anrufende Station, Letzter Anruf, hier nochmal Delta Lima 1 Charlie Romeo, ist da noch jemand auf dem Band?